Musik Der staatlich anerkannte Erholungsort mit der beherrschenden und ehemals viel umkämpften Ruine Rotenberg liegt im anmutigen Tal der Schneidach. Die regionale Schneidach-Talbahn ist die Verbindung zum Großraum Dürnberg. Der Mark Schneidach blickte 2011 auf eine 1000-jährige Geschichte zurück. Zu diesem Jubiläum erstellte der Museums- und Geschichtsverein Schneidach den Schneidacher Geschichtsweg, der am Bürgerweiher beginnt. Sein Ziel ist es, Einheimischen und Besuchern die bewegte Vergangenheit nahe zu bringen und sie für die Zukunft zu bewahren. Anhand von 30 informativen Tafeln wird an ausgewählten Stationen die reichhaltige Entwicklung und Historie des Ortes aufgezeigt. Der Weg lädt dazu ein, die Ortsgeschichte im Gehen zu erleben. Seinen Namen hat der Ort vom gleichnamigen Bach, Schneidach, was Grenzbach bedeutet. Im Jahre 1011 schenkte der spätere Kaiser Heinrich II. neben sechs weiteren Orden den Domänenhof zu Schneidach an das Bistum Bamberg. Der Bischof von Bamberg gab das Grut als Lehen an der Stift St. Stephan zu Bamberg weiter. Schließlich wurde der Domänenhof in einzelne Höfe aufgeteilt. Aus den Urhöfen entwickelte sich nach und nach ein Dorf. Nachdem im 15. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde entstanden war, wurde 100 Jahre später auf dem sogenannten Birkenstein eine Synagoge erbaut. Die hebräischen Schriftzeichen an der westlichen Außenwand verweisen auf das Jahr 1570. Seit 1998 teilen sich das Heimatmuseum und das jüdische Museum Franken die von Grund auf renovierten Räume. Der Zahn der Zeit nagt an der alten Bausubstanz. Während viele Gebäude noch auf ihre Sanierung warten, wurde das historisch wertvolle Gebäude der alten Badstube vor ein paar Jahren durch eine Generalsanierung vor dem Verfall gerettet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bereits 1385 wurde der Schneitag zum Markt erhoben. Nach der Zerstörung des Städtleins auf dem Rotenberg im Jahre 1449 erfuhr Schneitag der Markt einen Wachstumsschub. Verursacht durch den Zuzug der dadurch obdachlos gewordenen Handwerker und Händler. Die Anwiesen in der von Süden nach Nordenberg abverlaufenden Mühlgasse, im Volksmund als Mühlzipfel bezeichnet, bilden ein kontinuierlich gewachsenes, dicht bebautes Wohnviertel. Vor allem alteingesessene Schneitagerhandwerker und Arbeiterfamilien sind dort auch heute noch ansässig. Die Mühlgasse endet beim Anwesen Marktmühl. Mit hohem Aufwand renoviert, machen Gebäude und Garten aus der Distanz einen verwunschenen, geheimnisumwitterten Eindruck. Nach dem Abbruch des baufälligen alten Rathauses am unteren Marktplatz hatte Schneitag 83 Jahre lang kein Rathaus. Ein neues wurde erst 1892 am oberen Tor erbaut. Das heutige Wappen wird seit 1663 verwendet. Es versinnbildlicht die Zugehörigkeit Schneitags zur Oberpfalz mit dem Pfälzer Löwen und zur Herrschaft Rotenberg mit der meertürmigen Burg. Die Erweiterung des Rathauses wurde durch die Eingemeindung von acht ehemaligen selbstständigen Gemeinden erforderlich. Dazu zählen unter anderem die Ortschaften Osternohe mit dem Schlossberg und Kirchröttenbach mit dem sehenswerten Dorfkern aus Gasthof und Kirche. Nicht weniger sehenswert ist die Pfarrkirche St. Kunigund in Schneitag. Der gesamte Kirchenraum wurde 1974 im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils umgestaltet. 2009 fand eine umfangreiche Innenrenovierung statt, die der Kirche ihr heutiges Aussehen gab. Musik 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 Die alte verschlissene Glocke wurde vor einigen Jahren durch eine neue ersetzt. Musik 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 Der älteste der drei jüdischen Friedhöfe wurde urkundlich erstmals 1478 erwähnt. Bis 1607 wurden hier auch Juden aus Fürth bestattet. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurden viele Steine verkauft, zertrümmert, als Baumaterial verwendet oder in die Schneitach geworfen. In den letzten Jahren konnten einige Steine geborgen und in die Friedhöfe zurückgebracht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kapelle hier hat schon viele Situationen geschehen. Von der Bedrohung durch den Abriss bis zur Erweiterung und Vergrößerung. Die Kirche wurde zum ersten Mal angefangen im Jahre 1723. In zwei Jahren hatten wir dann 300-jähriges Jubiläum hier. Diese Kirche wurde aus Eigenmitteln der Bevölkerung durch Spenden und durch Eigenarbeiten gebaut. Und deshalb beginnt sie 1803 bei der Säkularisation auch dem Schicksal des Abrisses. Moschela hatte verfügt, dass viele Kirchen und Klöster aufgelöst wurden. So sollte auch diese Kirche im Abriss zum Opfer fallen. Der Widerstand der Bevölkerung und die Tatsache, dass die Kirche nur durch Spenden und Eigenmitteln gebaut wurde und weil ein paar Jahre später ein Friedhof angelegt werden sollte, weil die Friedhöfe im Ort zu klein waren. Auch dieser Umstand hat dazu beigetragen, dass die Kirche gerettet wurde. Es wäre ein großer Verlust gewesen, wenn man dieses Barock-Kunstwerk dem Boden gleich gemacht hätte. Auch in der Zwischenzeit haben sich viele Bürgerinnen und Bürger um die Kirche gekümmert. Sie installiert, zuletzt im Frühjahr und Sommer dieses Jahres, innen und außen, sodass sie wie sie jetzt dasteht, erstrahlt. Hoch oben die feste, einst schimmernde Wehr, umgrenzt von des Waldes grün schimmerndem Meer. Da blickt sie hinaus in die Lande so weit. Ein Denkmal verrauschter, verronnener Zeit. Es gibt kaum eine Stelle im Rotenberger Umland, von wo aus man die immer noch imposanten Mauerreste nicht sehen kann. Ihr ruinöser Zustand wurde aber nicht durch Kriegseinwirkung herbeigeführt. Vielmehr wurde durch königlichen Beschluss aus dem Jahre 1838 die Festung aufgelassen und regelrecht ausgeschlachtet. Heute wird der Verfall mit hohem Aufwand verzögert, kann auf Dauer aber wohl nicht mehr gestoppt werden. Eine Wanneer wird unterhand mama reinträgern. Meine Wanneer wird unterhand oriented. Ihr ist in der Wanneer zu machen. Meine Wanneer wird unterhanden. Ich bin aber nur noch nicht mehr gestoppt. 豈ig heißt ein Pfeil, der wir auf das Landen herbeigeführt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Beim Bürgerweiher begann und endet nun auch der Rundgang durch die Schneidtacher Geschichte. Vielen Dank.